willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten heißt es eigentlich zu einer weiteren folge oder mit einer weiteren folge sei es nach hingestellt es ist eine weitere folge von diesem tollen spiel hier aber ihr habt ja im bildchen gesehen ich stelle eigentlich eine ganz ganz einfache frage warum spielt ihr eigentlich clash of clans warum spielt ja eigentlich clash of clans ich kann euch das sagen warum ich spiele mir macht spiel schon seit ganz ganz vielen jahren spaß also ich würde fast sagen es sind bald 30 jahre die ich irgendwo zocke amiga pc brotkasten was auch immer aber dieses spiel hier macht mir besonders viel freude es ist sehr sehr vielseitig es ist so ein bisschen was fürs manchmal habe ich auch nicht fürs fürs köpfe also es ist ein taktisches spiel hier und es ist es ist ein aufbauspiel das ist eigentlich auch nie so mein ding gewesen aber ich habe mich einfach drin verliebt hier und deswegen spiele ich die spiel warum frage ich diese frage eigentlich das ganz ganz einfach denn ich habe hier letzte woche aufgerufen leute spielt mit in dem clan deutschland wir machen ein paar ck so wir machen hier ein bisschen die clanspiele gar kein thema 50 leute sind wir hier drin cool fand ich erstmal cool jetzt ist das ist der clan erstmal geschlossen ich meine ob das geschlossen ist oder offen ist egal es kommt ihr keiner rein aber es können welche rausgehen denn einige haben das ganze prinzip vermutlich nicht verstanden die sind nicht mal in der lage hier bei den clanspielen auch nur ein einziges spiel zu machen das ist natürlich sehr sehr traurig also wenigstens hier weg leachen also ein spiel machen und rausgehen oder so das hätte ich jetzt den ein oder anderen zugetraut ist aber nicht so gewesen wir sind hier jetzt auch durch mit denen mit den clanspielen und ich habe mal ein bisschen verglichen die clanspiele zu dem letzten ck den haben wir leider verloren ist das sind das ist ja nicht so schlimm also wir waren jetzt nicht so unbedingt im nachteil oder im vorteil allerdings haben wir hier einige angriffe nicht gemacht und mich wundert so ein bisschen ich hatte nämlich hier oben den ganz ganz witzig ich hatte den fu hatte ich rot mitgenommen weil ich gedacht habe kommt wir füllen mal auf und der du kräfte nicht an okay aber der du wird hier wurde die ganze zeit irgendwie angesprochen oder so markus macht ihr nix killer macht ihr nix magia rh7 okay dem hausmeister sei verziehen er konnte nichts mehr machen und auch fx1 und auch als luka die konnten da unten halt nichts mehr reißen weil die rathäuser im unteren bereich etwas zu hoch waren aber von dem einen oder anderen muss ich mich einfach mal trennen auch wenn die die clanspiele jetzt teilweise noch gar nicht gemacht haben aus welchem grund auch immer ich meine im moment haben natürlich alle hier bis auf der schief null punkte saison ist neu angefangen also ich hätte jetzt auch sagen können die spenden hier nix die spende alle gar nicht so was aber egal ich glaube der ein oder andere ist sie einfach über und deswegen frage ich frage ich einfach warum spiele dieses spiel und warum seid ihr der aufforderung hier nachgekommen dass ich euch hier so ein bisschen eingeladen habe so nach dem motto kommt man hier in den clan rein ihr könnt ein bisschen klatspiele machen ihr könnt ihr ein wenig ein wenig den pass spielen oder was auch immer aber so gar nichts machen einfach hier noch reingehen und den torsten trollen das ist nicht das ist nicht das mache ich nicht mit leute da bin ich nicht bei euch und jetzt muss ich auch mal sehen herr müller kann auch hier bleiben der gehörte irgendwie hin der sandwich markus war das glaube ich noch also ich weiß jetzt raus denn gar kein angriff hier warum ja rot grün stellung warum stellt euch auf rot grün werdet ihr in einer class vielleicht auch nicht gefunden ich meine ich hätte euch jetzt auch nicht kurz so unbedingt gefunden aber ihr habt ja diesen clan hier gefunden und von daher ich glaube jetzt sind wir aber auch so relativ durch hier rh7 war glaube ich noch mit dabei also haben wir hier so wenigstens ein bisschen klassisch gemacht denn klassisch machen das ist hier in den news demnächst auch denn ich finde es wirklich wirklich gut dass die rekrutierungs verbesserungen hier im nächsten update reinkommen und das ganze auch auf deutsch das gab es ja erst im englischen glaube ich ich habe es im englischen blog schon vor tagen gelesen dann gab es das dauert aber nicht lange dann wird das eingedeutscht aber es wird jetzt schon komplex und das steht ja auch hinter den kulissen des rekrutierungstools befindet sich ein komplexes system also gar nichts mehr so für kinder des maschinellen lernens das ausspiel verhalten lernt endlich vielleicht lernen ja die helden auch mal wieder ein bisschen dazu also im nächsten update gehen wie die maschinelle lernmethode oder lernmodelle um und nehmen ein paar verbesserungen vor anzeige des clan abzeichens auf der clan empfehlungs liste okay also wer jetzt nicht lesen kann kann wenigstens farben erkennen oder was 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 deutlich daraus ich weiß nicht was das soll aber ob das jetzt so ultra sinnvoll ist weiß ich nicht dass ich ich will bestimmt nicht in einen clan weil das wappen so toll ist naja sei es drum klar betrachten schaltfläche bei einladung finde ich sehr sehr gut dann musst du jetzt nicht gucken wer essen in dem clan nach der wollte mich einladen und so weiter das finde ich sehr sinnvoll tolle verbesserungen hinzufügen der minimalen rathaus level anforderung bei den klaren einstellen finde ich auch sehr sehr gut denn ich sehe es ja auch sehr häufig bei spätzen mit so ist das steht ganz klar in der klaren beschreibung drin aufnahme ab rathaus 12 und trotzdem kommen immer neuner und und zehner und elfer die dort anfragen die werden natürlich abgelehnt dann sind immer ganz sauer aber wenn ihr einmal die klaren beschreibung übrigens rein lesen würdet dann würdet ihr feststellen aha okay die nehmen ja nur rathaus zwölf im moment auf und aber ob das dann heißt dass die sich gar nicht mehr bewerben können das steht ja auf einem anderen zettel das heißt also wenn ich jetzt die rathaus level anforderung rein schreibe ich sag mal wir nehmen ab neun auf bei den herausforderern und es bewirbt sich dann kann sich dann immer noch ein achter bewerben oder sind wir dann raus aus der range des rathaus 8 der da ja gerade sucht das weiß ich noch nicht aber da lassen wir uns überraschen ich finde es aber in ordnung anzeige suchst du noch finde ich auch sehr witzig suchst du noch oder lebst du schon anforderung für spieler irgendwo war das nur werbespruch von irgendeiner firma die eine weile keine beitrittsanfragen angenommen haben angenommen ich habe jetzt viele beitrittsanfragen hier bei den frei und ich habe die alle nicht angenommen weil ich will ja in diesem clan hier bleiben kriege ich dann plötzlich die aufforderung suchst du noch nein ich suche nicht ich habe ja mein stammklan ist auch ein bisschen bisschen vage finde ich aber mal sehen wie sich umsetzt immerhin tun sie etwas das finde ich ganz gut sie gehen also auf die community ein die community hat sicherlich ordentlich ordentlich stoff gegeben bzw hat sicherlich feedback gegeben was das neue clan rekrutierungstool auf sich hat und ich finde es eigentlich ganz gut dass du da ein bisschen darauf reagieren dass ein bisschen was machen also lassen wir uns mal überraschen und vor allen dingen werden diese änderungen im nächsten update also im dezember update wirksam aber wir überwachen das ganze finde ich auch sehr gut und das ganze wird natürlich jetzt fortlaufend oder das ganze verhalten wird fortlaufend halt beobachtet finde ich cool bleibt dran für weitere clash news in den nächsten wochen da sind wir ganz ganz sicher bei euch clash of clans denn viele warten ja schon auf das dezember update was da kommt und aber so ultra viel neues gibt es nicht wir haben ja am wochenende viel discord gespielt das discord turnier ihr könnt in meiner playlist gucken playlist live streams dort sind die live streams noch drin und glaube ich auch in meinen normalen uploads müssen sie mittlerweile alle drin sein dort haben wir rathaus zwölf fünf gegen fünf gespielt bis hin zum finale ich fand sehr sehr cool sehr sehr spannend 40 mannschaften haben daran teilgenommen und ich fand schon großes format sehr viel aufwand von der orga und auch von den spieler und spielerinnen und von dem ganzen drumherum also ist es schon eine recht nackige sache nackig sind ja auch die clanspiele für solche accounts hier naja es geht eigentlich ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen ohne ohne helden angreifen das ist natürlich im rathaus sieben und acht bereich easy peasy denn hier an hier irgendwo mit irgendwas mit mit drachen rüberfliegen gleich der erste klick hier ist natürlich ultra leicht keine frage ich soll drei sterne holen klanburg ist auf der anderen seite wir verheizen mal hier unser king ob da vielleicht klar drin ist denn wir wollen denke ich mal dem feger ein bisschen entgegenkomme ich mal wo da okay die stehen da dann nehmen wir die mal nach da die nach da und wir nehmen hier eine ganze masse drachen mal rein wir fliegen mal eben den ja toto ach so macht man das toto man nimmt keine helden du hält okay macht es nicht so wie ich gerade gemacht habe nimmt nimmt keine helden am besten mache ich jetzt gleich einen angriff danach dann ist der hält nämlich nicht da der hat nämlich keine große rektime hier der king auf level was ist da drei der soll er soll eigentlich auch wachsen aber so wird das natürlich gar nichts ja okay das klarspiel war für den anker aber ich spiele spiele trotzdem auch wenn wir die masse der punkte jetzt schon erreicht haben mal sehen ich habe mir vorgenommen mal etwas mehr punkte mit meinen ganzen vielen charakteren zu spielen denn die letzten monate war er mau und ich möchte natürlich auch so ein bisschen mit gutem vorbild vorangehen wenn ich euch schon hier rein hole in den clan dann möchte ich natürlich auch selber euch zeigen dass ich in der lage bin ein paar punkte mit rein zu spielen um den clan hier zu helfen dass die klarspiele auch geschafft werden aber auch das war sehr sehr locker jemand hatte in die kommentare geschrieben schafft er eigentlich die volle punktzahl klar easy going gar keine frage haben wir hier super geschafft also es gab mir dann so ein paar ganz ganz fleißig die hatten glaube ich nach einem tag auch schon die 4000 punkte dabei und ich mache mir jetzt ganz ganz einfach dass ich hier gleich garantiert keinen helden mitnehmen denn ich sehe gerade ich habe 18.000 dunkles ich glaube ich kann den king auf level 4 level und das natürlich dann ganz ganz sicher dass ich ihn dann nicht mehr einsetzen kann erstmal einen tag und damit ich das kleinspiel auch schaffe naja ja das war das war mal wieder ein griff in die schüssel naja da saß das schon nehmen keine helden mit und was setzt er tut er als erstes um den king naja gut passiert aber dem arm ist es ist es hier leider auch passiert dass ich ihn so ein bisschen jetzt ärmer gemacht habe um ein paar ressourcen das sieht ganz gut aus gold kann ich sowieso noch im moment noch ganz gut gebrauchen aber ich glaube ich habe jetzt das dunkle für den king auch da ihr wollt dann hauen wir den hier mit dem hammer um denn dann kann ich jetzt auch nicht mehr einsetzen dann bilde ich die truppe glaube ich in der schnell ausbildung noch mal aus kurzer cut bis ich mir wieder ein paar truppen gespendet habe beziehungsweise vielleicht auch ein paar loons kriege und dann sehen wir uns noch zu dem einen oder anderen angriff wieder naja kriege ich übrigens ein paar truppen gespendet und dann können wir wieder in die kurze suche gehen dieses mal garantiert ohne hält denn der ist im ausbau und ich habe auch als nächstes eine eine ganz andere truppe mal hier am start bei rathaus sieben ich glaube habe ich noch gar nicht mit angegriffen ich habe jetzt hier mit masse die ganze zeit mit drachen irgendetwas gemacht auch natürlich die klaren kriege oder den klaren krieg ich habe ja auch noch nicht so viel gespielt mit dem mit dem account hier aber es ist mir mal wieder so ein bisschen pass durch die lappen gegangen oder sieht nicht aus alter alter ist mir ein bisschen durch die lappen gegangen da ist natürlich da hinten jetzt eine luftabwehr hinter dem rathaus das macht man eigentlich nicht wirklich dass man dass man dort dass das man hier so ein geht aber ich muss mal gucken die base das ist sehr kompakt 12 12 auf den fäger 12 darauf das passt schon mal und ich nehme meine drachen glaube ich jetzt mal gleich mal meine drachen meine meine clan burg glaube ich gleich mal an einer anderen seite ich muss mal gucken wann denn die luftabwehr da hinten anfängt zu schießen und auch der bogenschützen turm dort der fängt jetzt an zu ballern ist ein bisschen komisch aber manchmal mache ich das ganz gerne so der muss jetzt nur die die luftabwehr da packen und dann dürften wir diese base eigentlich auch unser kam ja wohl dahin ist noch der tesla und das müsste jetzt eigentlich reichen ihr seht das wird auch schnell mal ein bisschen enger mit den drachen also naja aber so kann man es machen so kann man auch ein bisschen für die klaren kriege trainieren und vielleicht hört ihr es ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen ist natürlich auch cool du hast ein paar tage urlaub und pünktlich zum urlaub ruhig eine erkältung rein habe da wahrscheinlich in den live streams auch gesehen dass ich ganz schön gespechelt habe an einigen stellen aber macht nichts ich habe alle kräfte mobilisierte um in den streams dabei zu sein also guckt ruhig mal in die playlist rein und da findet ihr vielleicht den ein oder anderen angriff noch für euch der euch gefallen könnte das hat mir auf jeden fall schon mal gefallen hier und die nächste armee wird ein bisschen anders aber die bauen wir noch mal nach gucken wir hier mal eben rein jawohl geschafft was können wir jetzt machen da ist ja ganz ganz viel was ich nicht machen kann titan liga legend liga kanonenkarre habe ich noch nicht glaube ich mit dem account hier und das ist auch viel das ist gerade auch sehr viel nachtdorf hier sehe ich 30 bogenschützen also viel nehme ich jetzt nicht mit 8 elek sammler in acht stunden das können wir machen oder 8 elek seiner acht stunden dort müsse das müsste drin sein den immer mal mit und auch in den pass müssen wir ein bisschen was mitnehmen sehe ich gerade ein paar schweinereiter das machen wir wir nehmen paar schweinereiter mit hier unten habe ich glaube ich noch keine ich glaube ich habe noch keine kanonenkarre oder an dem mit dem account habe ich die auch wirklich noch nicht aber wir können die fix den tagesstern rein spielen in das dorf hier wo wir schon mal hier sind und wo ich schon mal auch in der aufnahme stecke machen wir das mal eben mal schauen wenn wir jetzt da ist natürlich eine falle ist klar perfekt sehr schick kann da auch ruhig sein soll da auch vor allen dingen ruhig sein mal sehen wie die jetzt durchgehen okay die schaffen das noch gar nicht hallo ihr werdet auch wo die mauer schaffen dort ok da lösen sie sogar ein böhmchen aus jetzt gucke ich mal wie weit meine bogenschützen meine schleichschützen gehen machen die hier vielleicht den den zerschmetterer noch weg das wäre ganz schön wenn die das schaffen jawohl die packen das dann kann ich jetzt die restliche meute reinschicken die könnten eigentlich ja wollte gehen auch zur meisterhütte damit haben wir den einstern ich weiß prozentual ist das ist das natürlich jetzt jenseits von gut und böse der war auch schon viel stärker als ich komme er hat schon wie ein werfer da und so aber für mein tagesstern ist das absolut in ordnung hier dann habe ich hier auch das in den pass reingespielt ein paar tage haben wir noch passt ich denke ich schaffe das auch wieder mit ziemlich vielen charakteren hier die belohnung abzuholen und oben habe ich allerdings noch keine truppen jetzt muss ich mal gerade mal ich würde sagen wir nehmen mal drachen mit denn ich habe jetzt nicht so viele truppen die mir klanburg vom himmel holen also müssen die drachen ein bisschen ran halten kurzer rekt hier auch wieder dass wir wir machen noch ein bisschen was ich habe einfach mal lust auf clash of clans deswegen spiele ich das spiel ihr könnt mir gerne mal in die kommentare schreiben warum jeder spiel so gerne spielt und die die vielleicht hier sind oder nicht hier sind warum seid ihr eigentlich hier in diesem clan fragezeichen naja egal den nehmen wir jetzt mal mit ich habe jetzt keinen king ja ich habe keinen king und der hier man meint zwar dass er inaktiv ist aber die liga hat ja gerade erst begonnen wir gehen mal hier ich gucke ich mal gehe mal hier über ecke rein ich schicke mal hier alle meine riesen ins verderben und nehme ich könnte eigentlich lange nehme ich mal auch nicht mal gucken ob da irgendwas in der klanburg ist ich habe so ein paar bogenschützen dabei er hat gerade geschossen da dann können wir hier reingehen in die base jawohl das passt auch dann geht es hier ein bisschen weiter und der ist keine klanburg das natürlich super für uns ich habe ein paar hawks am start auf level 2 habe ich die auch schon wunderbar meine vermeintliche lieblings truppe jetzt müssen die allerdings nach da gehen und haben da gar keinen mehr der da noch ein wenig mitkämpft die magier dort und die sind da ganz ganz verloren auch an der stelle ok dann lassen wir die hier jetzt mal los die hawk rider einmal von da einmal von dort und einmal die heilung hier in flächen schaden ich gucke mal ich habe jetzt ein bisschen clean habe ich jetzt gerade ein bisschen dünn sehe ich steht klinger für gerade ein bisschen dünnen aber gucken ich habe noch ein drachen in der klanburg der kann natürlich auch clean up machen allerdings erst wenn die letzte luftabwehr weg ist sie ist jetzt weg und man auch so sind doch ganz gut durchgegangen sich gerade ein paar sterne muss ich damit machen für den pass das müsste eigentlich funktionieren da ist jetzt nicht mehr ganz so viel eins zwei drei sind da vielleicht noch oder wie viel sind da noch okay die machen jetzt ein bisschen klinger ab eine minute 22 dann brauche ich meine klanburg nicht verbrauchen glaube ich das müssen eigentlich so packen die riesen machen da auch ein bisschen clean up am rathaus naja also wie gesagt warum seid ihr in den clan hier und warum spielt ihr das spiel das immer noch die offene frage also ihr seht ich habe spaß am spiel auch bald mit dem rathaus 7 mit dem rathaus 8 wird es auch wieder ein paar sachen geben von mir da lasst euch einfach überraschen oder er kommt abends ein bisschen live streams auf twitch tv diese woche mal ein bisschen vermehrt weil ich mal ein bisschen mehr zeit habe dann will ich das ganze auch ein bisschen effektiver nutzen um ein wenig mehr live zu kommen damit ich auch vor allen dingen passt ein bisschen mit euch spiele ich meine ob ich jetzt mit euch spiele oder ob ich jetzt alleine sitze und sowieso spiele das sei dahingestellt dann kann ich auch ein stream anschmeißen dann können wir mal ein bisschen schnacken können immer ein bisschen über das update fachsimpeln oder über strategien fachsimpeln oder auch einfach nur so labern ist immer ganz ganz schick ganz ganz nett und ganz ganz chillig also da machen wir dann kein kein stress oder so haben wir hier alles gemacht ja wohl 100 prozent nicht schlecht die ame geht ja mir geht truppenvorschlag kann wir mal so machen könnte auch wegschreiben für die rathaus 7 unter euch und wir haben erfolg freigeschaltet aber wir haben auch dass das haben wir noch nicht okay aber ich habe jetzt glaube ich in pass wenigstens ein bisschen was reingespielt einmal das hier und einmal hier gewinne vier mal ein mehr spieler kampf okay das werden wir machen was haben wir hier was haben wir geschafft wir haben die 1200 450 jabs die nehmen wir doch sehr sehr gerne mit habe ich ganz 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 verkannt in der tat das ist auch mein höchststand hier so wie ich das sehe das habe ich jetzt nicht so auf dem schirm gehabt das war nicht beabsichtigt leute aber egal wenn euch die folge ganz gut gefallen hat dann lasst mir am ende ein daumen nach oben da abonnieren des kanals nicht vergessen und glocke stellen damit ihr keine videos mehr von mir verpasst verfolgt mich ruhig auf twitch tv auch dort ist das abo kostenlos verfolgt mich da da gibt es auch eine glocke damit ihr keine live scene mehr verpasst bis dahin euer toto